Der spirituelle Name Vishnuprasat. Vishnuprasat heißt Gabe Gottes und Gabe an Gott. Wenn du den Namen Vishnuprasat hast, dann soll das heißen, dass du alles, was kommt, als Gabe Gottes annehmen willst und dass auch dein Körper, deine Psyche, all deine Fähigkeiten Gabe Gottes sind. Du als Ganzer bist Gabe Gottes an die ganze Welt und dein ganzes Leben kannst du darbringen als Gabe, als Prasad an Gott. Du gibst dein Leben als Prasad an Gott und du bekommst alles in diesem Universum und du nimmst alles an als Prasad. Vishnuprasat ist eine Verkürzung des Sanskrit-Wortes Vishnuprasada. Sanskrit wäre Vishnuprasada, aber in den meisten indischen Sprachen spricht man heute von Vishnuprasat. Vishnuprasat